So, da sind wir wieder und diesmal sind die grauen Haare weg, dafür aber auch die anderen Haare und sieh mal eine an, was haben wir denn da? Ja, hallo! Hässliches Vieh. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wir werden immerhin erwartet. Und wir lassen doch nicht gerne unsere Leute warten. Sigrid, wir haben Besuch. Ja. Komm her, Weib. Nicht du. Hatwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Alles klar. Also Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streitkopf habt? Das muss ich jetzt mal eben machen, damit es noch realistischer wird. Falls da überhaupt was Realistisches jetzt mal rauskommt. Ja, ich weiß, was da ist. Ach ja. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal etwas aktivieren. Und zwar unsere Nahrung, Vitalität und er soll aktiviert werden. Fertig. Ein Drache? Lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Gesch... Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinaus geschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardware ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Finde ich super. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Nehme ich doch gerne alles mal mit. Gottes Rindfleisch, Karotten auch sehr wichtig. Na, obwohl doch ein bisschen Bier kann nicht schaden. Rote Apfeln, Silberringen. Oh ja, Fackeln auf jeden Fall. Und natürlich Heiltränke. Das brauchen wir alles. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Natürlich, kann ich machen. Ja, wie komme ich hier nach Weißlauf und so? Das wissen wir ja alles. Wir tun jetzt mal so, als würden wir hier aufgewachsen sein und wären einfach nur Jagen gewesen an der Grenze zwischen Cyrodiil und Himmelsrand. Genau, so machen wir das. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay. Mhm. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja. Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Oh ja. Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. So, und ihr? Fiehlt euch wie zu Hause. Äh, ne, war auch nicht zu sagen. So, wir dürfen hier in der Natur rumkramen. Was haben wir denn hier drin? Oh, Gold. Da sieht man schon den Vorteil. Bei so einem blöden, normalen, ähm, was heißt blöden? Bei einem anderen Charakter, zum Beispiel ein Nord, würden jetzt hier 17 Gold oder 19 Gold drin sein. Bei den Kaiserlichen, 57 Gold. Das ist, äh, Kaiserliche kriegen so viel mehr Gold. Das ist echt krass. Oh, unsere Bedürfnisse... Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Äh, A Gentleman Guide to White Run. Äh, freundlich. So, dann gucken wir doch mal nach. Was können wir denn essen? Brot, haben wir gerade aufgehoben. Ja. Gönnen wir uns ein Brot und ein Ei derer Käse dabei, den wir dann als Auflage benutzen. Dann gönnen wir uns noch ein Wasser dazu und unsere Mahlzeit ist fällig. Hm, lecker. Ja, dann is auch. Sehr schön. So. Ähm, dödödödöd. Ach ja, genau. Hier, muss man das ja nachgucken. Unsere Bedürfnisse liegen jetzt bei... Also, Hunger haben wir jetzt nix mehr. Hey, halt, stopp. Ey. Nö. Ich guck, guck, guck. Durst. Okay. Schlaf brauchen wir auch noch nicht. In Verdauung. Also, Verdauung tun wir gerade 167%. Das ist eine Menge. Aber, was soll's. So. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 5.52 Uhr. Das heißt, in drei Stunden wird schon wieder Nacht sein. Gut. Dann ist Schlafenzeit angesagt. Dann werden wir das jetzt so machen, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen die Schmiede benutzen. Nicht wahr? Schmiede? In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Wissen wir. Wissen wir. So, was nehmen wir denn da an? Ja. Das sind immer noch die schönen Rüstungen. Die sind immer noch da. Und diesmal können wir leider nicht so viel machen, weil wir ja noch ganz, ganz, ganz am Anfang sind. Beim Schmieden. So, beschlagen. Brauchen wir alles nicht. Ah, da ist doch der Meister. Darauf habe ich gewartet. Weil, jetzt können wir ein Quest annehmen. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Könnt ihr mir, äh, könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolk schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Alles klar. Also gut. So. Ein Eisendolch soll wir ihn herstellen. Eisendolch. Da haben wir es. Ja, es ist auf Englisch. Wir haben hier ganz viel Denglisch zwar, aber... Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Ja, dankeschön. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Aber das ist halt so. Da können wir auch nichts gegen machen. So. Hier ist ein Eisendolch. Nicht schlecht. Hm, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ja, klar, okay. Äh, Schleifstein, Schleif da. Gut. Dann werden wir da ein paar Schleifen. Ja, wir haben sogar zwei. So. Geschliffen. Hier. Braucht ihr eine neue Klinge? Ich habe den Eisendolch geschliffen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Etwas Leder, äh, Geder, äh, Gerben. So. Leder. So, hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Ein Pelzhelm also. Also gut. Pelz. Da, 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 da. Nein, das sind nicht die richtigen Helme. Auch nicht, 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 auch nicht. Da, Pelzhelm. So, einmal draufhauen mit dem Hammer und zack, haben wir es sofort. Hier ist der Pelzhelm. 20 Gold die Stunde. Wird mir reichen. Äh, okay. Pelzhelm. Was auch immer ihr benötigt. Braucht ihr eine neue Klinge? So, hier ist der Pelzhelm gehärtet. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Ach. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Ja, vielleicht, vielleicht werde ich auch eher darüber dann denken, dass ich nicht die Klinge zu Bruch gehen lasse, aber man weiß ja nie, ne? Man kann ja immer hoffen hier. Lucan drüben im Flusswald-Handelskontor sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Okay. Flusswald ist schon ganz in Ordnung für ein Dorf der Nord. Das ist wohl wahr. Hier gibt es eine Schönheit, die im ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Ähm. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Also, weil wir wurden ja darauf angesprochen. Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Was war das denn? Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ihr hofft? Nun ja, das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Alles klar. Kann ich machen. Lebt wohl. Jojo. So, ähm. Jetzt ist die Frage, wo befindet sie sich? Wir nehmen erstmal die Quest hier an. Alle. Oh. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Ah, genau. Die ist ja immer hier, bei diesem Händler. Wo ich meine goldene Klaue und, äh, alles. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hm? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Was ist denn hier los? Sekunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Was anhören? Äh, achso, das, ja. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswaldhandelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ähm, ist etwas passiert? Ja, ja, es gab eine Art, ähm, Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Nordöstlich der Stadt, alles klar. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. N-n-nein, ich... Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Hier entlang. Äh, nein, ich will euch lieber nicht folgen, aber ich habe hier einen Brief für euch von zwe... Äh, äh, nicht von Sven. Äh, doch, von Sven. Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Ähm, ähm, okay. Okay, ich weiß zwar nicht, was da drin stand, aber es war anscheinend... Irgendwie was, äh, mit Kochen. Go into the kitchen, girl. Haben wir eigentlich ein Level ab, oder kommt mir das nur so... Nein, da fehlt so ein ganz kleines bisschen. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Mhm. Manchmal sind hier ja doch... Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Oh. Na, du Pferd. Ich folg dir einfach mal nicht, okay? Schönen Tag noch. Dann gucken wir mal bei den schlafenden Giganten, was uns so der Wirt da so für Quests gibt. Und, äh, na Sven? Gut, dann. Was wollt ihr? Ihr seht...